ja mo mo leute euer seo hier und herzlich willkommen zu einer neuen folge von hastel castle und wir befinden uns jetzt schon auf level 6 2000 gold kriegen wir und 1200 äpfel unser lagerplatz hat sich erhöht von daher ist das ja auch nicht so schlimm dass wir geld bekommen haben sehr schön der nächste stufe 4 machen und ich würde sagen ohne groß nachzudenken werden wir erstmal diese beiden hier von ihrer pflicht befreien sie sind jetzt besser geworden und werden die bogenschützen rein tun folgendes wir werden definitiv ersatz leute brauchen die währenddessen trainieren weil die zeit wird jetzt immer sie erhöht sich immer mehr und immer mehr und immer mehr das ausbilden dauert irgendwann so lange dass ich das nicht mehr folgenmäßig irgendwie hinkriege deswegen brauchen wir satzmänner und ich habe beschlossen der regel gerne mit feiernbogen kämpft und weil sie ja die erste bogenschützen war wird sie definitiv ein ersatzmann als bogenschützen wir kriegen 400 gold boom wir kriegen 300 gold und wir kriegen gar nichts doch da hast du die werbebezogene quest so belohnung abholen wir brauchen unbedingt dieses material um ja damit wir halten den zweiten baumeister bauen können der gegner hat jetzt einen kämpfer der klasse 14 jemand namens baxi eine schande dass meine wasallen den menschen nicht nur gestatten mich zu verfolgen sondern sie lassen es auch noch zu sie stärker werden zu lassen er wird sterben das verspreche ich mein lord dieses versprechen ist wertlos ohne einen genauen zeitraum was geht hier los wir werden diesen trostlosen ländereien licht und lebensfreude bringen du bist der älteste in der burg und du wirst vor allen anderen sterben lol das finde ich gut lol ich mag dann halt irgendwie auch wenn er ein bisschen seltsam ist naja gut reggae trainiert hier fleißig mit ihrem ob soll sie das machen denn sie wird dann die reserve wenn wir dann über 14 hinausgehen wird reggae als allererstes trainieren und wird dann serana quasi ersetzen für den zeitraum wo serana dann selbst trainiert so wieso nicht und wir sehen die kriegen auch ein bisschen leben dazu was haben wir jetzt hier die werbequest sehr schön das haben wir hier noch besiege wäre spieler nach dem anderen zeigt ihnen dass du der mächtigste feudal her bist ton sammler um eine gegnerische armäe zu bezwingen musst du die kämpfe besiegen aus denen sie besteht töte die festgelegte anzahl von kämpfern das kriegen wir hin die gegnerischen nachkampf kämpfer ja der gold sammler 20.000 soll ich heute sammeln naja mal gucken ob wir das überhaupt hinkriegen wir haben jetzt erstmal genug geld aber wir müssen dieses geld auch investieren ich könnte ich könnte klar jetzt darauf sparen auf die 40.000 ist es aber natürlich immer wichtiger erstmal die anderen gebäude abzugraden bevor man jetzt das haupthaus upgrade das habe ich damals in coc gelernt und das werden wir auch dieses mal machen wir werden auf jeden fall das gold hier rein investieren rest haben wir glaube ich schon was ist das hier das wohnzimmer das können wir sowieso erst später machen das können wir später machen gut machen wir das hier eine stunde sieben minuten wieso steht jetzt dran 50 minuten sollen mein schaden nicht sein wieso nicht und wir öffnen keine truhe stimmt können wir gar nicht gut nächster schritt wäre es dann abzuwarten bis madame hier fertig ist auf die plätze getauscht wir warten jetzt bis sie auf 14 ist und dann greifen wir an ich habe hier einen neuen gegner in sich und zwar kikiko auf den habe ich ganz besonders abgesehen weil der typ sich diesen boost gekauft hat und ich will verhindern dass leute die diesen boost haben sich gut fühlen also werde ich versuchen auf jeden fall den auszuschalten früher oder später deswegen werde ich den gegner nicht wechseln man kann die gegner wechseln für kleine anzahl an geld hunger geld genau was andere zeug halt so wir haben tom haben wir noch und die wizards wenn wir als aller nächstes angreifen vielleicht jetzt schon ja möchte ich sehr doch keine chance gegen mich ganz ehrlich ich mache ich doch mit zwei leuten blatt ja zwei kämpfer und boh guckt euch an der bogen schütze kippt um das hast du der der die haben die bogen schützen klamotten an auch mein gott ist das billig naja 2000 gold man kann halt wirklich glaube ich den gegner es passiert ein geist muss das bürger folge ja ab zum training haben wir bekommen und der feuerwehrmann nice ghostbusters können wir spielen so regiert noch ein punkt perfekt aber wir kriegen dafür auch noch eine kleine blutung nach das ist cool das gefällt mir was wollte ich jetzt noch machen stimmt ich wollte jetzt gucken gegen gegner wechseln also gehen jetzt mal auf die tom belohnung für sieg 3600 wir könnten quasi die dann die burg wechseln wenn es uns zu wenig wird der hier wäre natürlich sehr lecker sagen wir es mal so 11405 ist seine stärke geben wir jetzt so viel gold oder richtet sich die belohnung nach der trupp stärke das ist jedoch die eigentliche frage ich würde gern wissen ob wir deren geld klauen oder nicht 3600 da tom war glaube ich besser als 2600 ja auch 11.000 das heißt der würde er weniger bringen auch wenn er komische leute hat wir wechseln einfach mal hier den gegner und gucken ob wir mehr ressourcen rauskriegen das können wir hier 3000 aber ist auf jeden fall ein schwächere gegner aber jetzt können wir nicht mehr wechseln okay aber das das klingt das klingt auf jeden fall gut in trupp stärke ist auch nicht so hoch durch das irgendwie wieder hin hallo achta 6000 trupp stärke das kriegen wir hin jeder er receive re was soll das denn bedeuten aber seine leute sind auch auf 15 14 das heißt wir werden eigentlich nur der tatsache entsprechend gewinnen weil er halt nur zwei tanks hat und wir haben halt zwei der mit stil dahinten stehen ich denke das werden wir auf jeden fall schaffen das werden wir allerdings erst noch sehen wird sagen wir sehen uns dann gleich wieder sobald sie ran erfährt ich es mit ihrem training und dieses gebäude wird dann wahrscheinlich auch fertig sein dann können wir schon das nächste gebäude bauen so schnell geht das und sparen wir auch schon auf die nächste stufe des thronsaals vielleicht sollten wir noch gucken ob wir etwas bei ja stimmt der schatz öffnen wir noch den schatz stimmt vielleicht etwas gutes für mich ein ring der bringt was tritt 424 so serana der ring ist für dich anlegen nicht möglich anforderung zwölf wüssten wir das später aus sehen wir uns gleich wieder oh man leute ich habe einen riesen fehler gemacht auch gott das war so blöd ich habe aus versehen ich habe aus versehen punkte ausgegeben es war nicht mal meine absicht es ist doch echt so blöd warum leute ich habe aus versehen hier auf beschleunigen drückt das waren 32 oder so das tut mir so im herzen weh ich will mein geld zurück wir gucken was wir jetzt nächstes verbessert auf jeden fall der keller geht nicht thronsaal ich glaube das letzte gebäude was wir noch machen können ist das hier verbessern wir das hier auf jeden fall diesmal stimmt die zeit sogar ja gut dann naja reggie ist ja jetzt aufgeregulation serana ist jetzt aufgestiegen wir geben ihr den ring zum anlegen und somit hat sie noch einen richtig schönen crit ich glaube das ist der crit damage 400 irgendwas damage kriegt sie ein crit dazu und ja das lübt freunde das lübt wird immer besser hier ne was haben wir denn hier verursacht beim angriff mit einer chance von 16 prozent 55 schaden bei einer gruppe von gegnern aui nicht schlecht erhöht beim angriff mit einer chance von 23 prozent den eigenen crit um 30 prozent hält 10 sekunden an ist nicht schlecht wer wir gehen also ordentlich auf crit nicht schlecht nicht schlecht naja serana braucht jetzt noch zwei level glaube ich ne ja zwei der will und dann sehen wir uns gleich wieder dann ist vielleicht der hier auch schon fertig 32 oh oh freunde kurz bevor serana es geschafft hat auf 14 zu kommen wird meine burg angegriffen kampf verlauf wir können die rache nehmen freunde wie gold 2000 gold ja gut ist jetzt nicht der welt gucken wir mal gucken wir mal ja wir waren nur zu zweit gucken wie es ausgeht und dann ach nee das ist ja ach nee rechts sind meine leute ja mit dem bogenschützen wäre das ganz anders ausgegangen ich werde rache nehmen freunde ich werde rache nehmen davon könnte ich ausgehen alle herrschwede greift mit die potzern waren ich fasse das nicht war es mal ab bis ist sie fertig ist wie viel kampfkraft habe ich jetzt hier 5300 ja gut ich komme jetzt vielleicht auf 7000 dauert vielleicht noch ein bisschen mit der rache aber es kommt wir haben es geschafft serana ist soweit wir können unsere kampfkraft nur der blicken guck mal serana geh mal rein wir haben einen erfolg geschafft um die kunst des krieges ich habe immer gesagt dass die ausbildung im kämpfer ausbildungsraum all unseren kämpfern nutzt schau sie dir an sie haben eine bessere haltung und sehen gesünder aus und sie wissen endlich wie man kämpft ja wir bessere den speisesaal auf level 3 da bin ich gerade dabei erringe einen sieg am wegpunkt residenz der nekromanten das kriegen wir auch vielleicht auch noch hin mal gucken wir müssen noch einen film angucken der müsste jetzt demnächst mal kommen und ja ich würde sagen wir machen weiter so kampfkraft 8880 damit kommen wir noch nicht weit naja gut äh wie sieht es hier aus bei dem gegner kiko ja da kommen wir auch noch nicht hin äh kampfkraft wieso steht die kampfkraft jetzt nicht hier äh hoch dann machen wir den mal fertig ne das wird easy wollen guckt euch an wie ich ihn fertig mache ja zwei tanks das das bringt zu einfach gar nichts du kannst zwar zwei tanks haben aber das bringt nichts du brauchst halt den damage wie du siehst ein bogenschutz alleine kriegt nichts hin ja der bogenschutz ist stark aber das bringt ihm nicht viel sieg sehr schön aber ich muss sagen das war schon ziemlich knapp gegen einen gegner der 2000 weniger hatte das heißt es geht ja nicht nur im kampf kraft sammeln auch um die items die man vergibt und ja gehen wir erstmal so ähm wir müssen erstmal kurz warten bis unsere leute gesund sind ich verstehe nicht ganz wozu das krankenhaus dienen soll ich meine klar gut jetzt ja gut der regeneriert regeneriert jetzt sehr sehr langsam ne gut dann kann man das krankenhaus langsam anfangen zu bauen wenn die wirklich so langsam regenerieren jetzt im späteren spielverlauf dann nützt das wenigstens was dass man den kurz da rein schickt wir werden äh einen kampf machen und danach werden wir erstmal ähm ein bisschen umdisponieren hier in unserer burg und das ganze ein bisschen umbauen ich hab da so ein paar pläne wird nicht der erste umbau sein den wir machen und auch nicht der letzte und was ist das denn ich verstehe das manchmal nicht wieso ist das jetzt nicht mehr richtig jungs 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 naja gut zum glück habe ich das noch gesehen so jetzt habt ihr auch wieder das ganze bild gut ähm Reggie trainiert da noch wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Ersatz wir werden Double X als Magierersatz einsetzen der wird nämlich dann hier arbeiten und gleichzeitig wird er dann ein Magier sein der dann als Ersatz tendiert der hat gesagt er möchte nämlich gerne in der Schatzkammer arbeiten oder Magier sein wir werden ihm beides geben er wird der Ersatzmann als Magier soviel dazu wir brauchen noch einen Ersatz Tank guck mal wen haben wir denn in der Liste möchte noch jemand Krieger werden das war der falsche so was haben wir denn noch hier übrig Awesome Place wird der zweite Magier früher oder später muss natürlich ein bisschen später kommen Mobile Gamer möchte gerne seinen Namen geändert haben in Ritterrost in Ritterrost so ähm dann müssen wir mal gucken möchte einer von euch explizit auch als Ersatzmann für Tank tendieren wir werden auf jeden Fall noch einen zweiten Tank haben früher oder später also ich möchte gerne maximal zwei Tanks Maximal zwei Tanks und hinten werden dann mehr stehen Wir können ja insgesamt sechs Stück haben Das heißt, drei Bogenschützen, zwei Magier Ein Heiler Magier, ein Damage Magier Drei Bogenschützen, das ist der Plan So möchte ich gerne meine Aufstellung haben Ich weiß nicht, ob es gut sein wird Wir werden vielleicht noch umstellen Aber das werden wir alles noch sehen Gut, er hat sich aufgeheilt Wir greifen an Und zwar Kreuzung der Toten Oh Gott, das wird ja immer knapper und immer knapper Wo soll ich denn die Kampfkraft hernehmen? Ja, das wird schon Ja, das sieht noch ganz gut aus Auch wenn jetzt mein Tank langsam stirbt Aber der AOE Damage ist schon nicht schlecht Jetzt wollte ich gerade wie bei Fallout Shelter die gleichen aufsammeln Naja, erstmal eine Truhe einsammeln Erstmal eine Truhe, die ist erstmal wichtig Wir müssen nämlich vorankommen Geister Muh Verlichtet sie So, Blonung Sehr schön Filmtheater kommt als nächstes dran Wir haben ein neues Gespräch Ich möchte einem Mädchen, das ich mag, ein Geschenk machen Was würde ihr vorschlagen? Ich bin mal gespannt, was die da vorschlagen Wir haben zwei Truhen, öffnen wir sie mal Und hoffen, dass wir guten Blut drin haben, die uns stärker machen Wir haben eine Kneifzange Die die Produktion von Gold erhöht Um 76 Ja Was hast du? X70 Elias, wir geben dir das mal dir Für Elias werde ich mal gucken Vielleicht noch was anderes machen Wir müssen das halt alles noch ein bisschen aufteilen Ich hab sie jetzt einfach nur so hier reingesteckt Auch Heike Also Heike, eine Frau Wenn jemand noch eine Frau haben möchte Eine Frau ist frei So, und gemeinsam werden wir hier versuchen Ein bisschen Ordnung zu schaffen Äh, ja Wir haben das Leben schon wieder Hä? Wieso hat das Wieso Ich glaub Bei Kämpfen gegen NPCs Äh Bekommt man schnell sein Leben wieder Und bei PvP nicht mehr wahrscheinlich, ne? Ah, warte, nein Nicht angreifen Oh, das wird echt knapp Wir haben noch eine Truhe Und hoffentlich Hoffentlich ist da irgendwas drinne Für den Bogenschützen 2280 Ich weiß ja nie so recht Doch, doch, doch Das sieht Nicht gut aus Nein Ich hab's gerade umgedreht 2820 Versuchen wir unser Glück Friedhof der Artigen Hab ich Pech? Habt ihr mehr Glück gehabt In eurem Blut? Oh nein Die Magier, ey Oh Gott Die greifen meinen Magier an Oh je, oh je, oh je, oh je Oh Gott Okay, das, äh Wird knapp Gar nicht so gut Wäre ich lebendig Hätte ich mit die Niederlage Meiner Krieger Die Laune verdorben Aber die Toten Haben immer gute Laune Wenn du das sagst So, Reggie ist schon auf 12 Perfekt 17 Minuten noch Bis wir das abschließen können Äh Freiheit ist das Beste Aller Geschenke Aber Hört bitte auf Unsinn zu posten Es gibt ein paar Elfenbein-Amulette Alles ist so hoffnungslos Und das ist toll Ich habe So ein Hass Auf das Leben Und alles Was damit zu tun hat Ich hoffe All diese Leute Bald sterben Ich hoffe Dass all diese Leute Bald sterben Und dass unsere Ländereien Wieder Frieden Erleben werden Mal gucken Was dazu gepostet wird Naja Okay Wir haben zum Glück Noch eine Truhe Und bitte Bitte irgendwas Für meine Kämpfer Es ist nichts Für meine Kämpfer 83 Äh gut Ja Der Kochshop Ist sowieso Gerade Besetzt Das einzige Was mich jetzt Noch voranbringen Könnte würde Ist der Thron Saal Level 3 Und ich sage es euch gleich Wenn wir nicht genug Leute Finden Die wir bekämpfen Können Haben wir ein kleines Problem mit Geld Wir brauchen nämlich Geld Wie viel Kampfkraft Hattest du nochmal 11.000 Da komme ich nie ran Da komme ich nie ran Er hat ein Magier An gekauften Bogenschützen Hat er Obwohl ist der gekauft Oder hat er einfach Das Schwein gehabt Er hat ein Schwein gehabt Oder Ich glaube der hat einfach Das Schwein gehabt Ja Ardentschwein gehabt Gut das ist nicht gekauft Ich muss den Gegner Wechseln Das sieht besser aus 4.900 Und er hat Seinen Bogenschützen Auch Tankrüstung Gegeben Er hat natürlich mehr Gesundheit Bringt ihm aber gar nichts Der Bogenschütze muss Schaden machen Er hat zwei Tanks wieder Greifen wir an So ganz klar Sowas greift man an Ich tendiere übrigens auch Den Magier erstmal auszutauschen Und gegen einen Bogenschützen Zu wechseln Ich weiß nicht Er macht zwar Schaden Das ist ja schön und gut So Mr. Tank Bogenschütze Wollen wir mal sehen Was du überhaupt bringst Er macht halt keinen Schaden Das ist das Problem Dieses Bogenschützen Er hätte gewonnen Wenn dieser Bogenschütze Schaden macht Bingo Bingo Sehr schön Wie viel Geld habe ich jetzt? 22.000 Ich brauche für das Verbessern 40.000 Uns fehlen noch 20.000 Wir haben natürlich keine Gegner Wie ist das hier überhaupt Mit den Gegnern Kommen die einfach Klopp Sind sie da oder Irgendwo will man auch öfters angreifen Oder geht es erst ab Stufe 6 Mal gucken Ja gut Wir haben jetzt leider keine Gegner mehr Ja Freunde Und das war es auch schon für heute Mit Hastelcastel Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Und denkt dran Je mehr Likes es gibt Umso eher kommt es Und ich setze noch einen drauf Ab 15 Likes Mache ich die Folge Länger für euch Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Haut rein Euer Zero Tschüss